UNTERTITELUNG Dein Name? Hal Jordan. Der Ring hat dich auserwählt. Nimm ihn und leiste den Eid. Leiste den Eid, weil ja auch jeder den Eid kennt. Ich schwöre ewige Treue einer Laterne, die mir ein sterbendes lila Alien überreicht hat. Das ist also der auserwählte Mensch. Der Ring lässt Gedanken wirklich werden. Seine Grenzen liegen in deiner Vorstellungskraft. Ein Schwert. Wie menschlich. Vergiss nicht, dass dein Feind kein fairer Gegner ist. Ist das das, wonach es aussieht? Eine außerirdische Lebensform, Doktor. Das erste Exemplar, das der Menschheit je begegnet ist. Mein Sohn, du wirst wieder gesund. Ich habe mich in meinem Leben nie besser gefühlt. Sie sagen, sie hätten mich nie auserwählt. Sie sehnen mir genauso wenig wie ich. Ich sehe es. Du hast die Fähigkeit, Angst zu überwinden. Bleib hier. Kein Problem. Stirbst du, verlieren Unschuldige ihr Leben. Deine Welt wird ausgelöscht. Hilf mir, meinen Planeten zu retten. Kämpfe. Kämpft mit mir. Am hellsten Tag, in schwärzester Nacht, entgeht nichts Böses meiner Wacht. Wer finsteren Mächten sich verspricht, der hüte sich vor Green Lanterns Licht.